habitaat was uns hier erwartet bestimmt wieder eine neue art von gegner aber wie war das mit den blöcken doch mal nur nach hinten aller der soundtrack so geil so muss dieser aufzeichnen oder kann ich wieder basteln gucken schnell ob hier noch was liegt sieht nicht so aus dann gehen wir basteln liegt auch nix 197 der kino gar nichts dafür 800 hatte vor nicht 900 gekostet oder gibt es noch mehr noch drei dinge mehr oh halt verkaufen stand da warte 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 verkaufen gut deswegen liegen die überall rum mehr aber nicht oder soll ich das für 10er das lohnt sich gar nicht schaden upgraden 900 blocken konnte ein griff schaltet einen neuen tiefen angriff frei der nach einem erfolgreichen block ja ja das klappt ja aber nicht mit blocken irgendwie teuer teuer ja gut dann müssen wir wenigstens das war alles einpacken was wir finden um zu geld zu machen damit wir uns die schrotflinte da holen können was versteckt ach die musik ach die musik ich finde es ja geil dass hier alles übersetzt ist die ganzen schriften da kommt gleich einer raus wenn ich vorbeigelaufen bin könnte ich wetten wette hätte ich verloren das sieht aber auch nicht gerade so einladend aus wenn ich das mal so sagen darf das rote rohr da ist damit verbunden das muss ich nur zurückverfolgen folge dem roten rohr aha kann man auch falsch verstehen oh cool okay makellose energiewandler sonst noch irgendwo was wohin klettern sollte da ist eine kiste aha ja 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 ich hätte auch nichts anderes mitgenommen sonst noch was ne glaube nicht ah guck mal also ich nehme an die tür geht nicht auf nein 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 ich hoffe dass er nicht irgendwelche endgegner kommen solche riesigen kackviecher was denn war die röhne um mal physik so geht es um ausweichen was die geile pamper oder echt cool gemacht ich habe es so 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 Ja, verwandelt er sich Gott. Oh. Was ist denn was? Irgendwas fieses. So viel ist sicher. Und wo sind die hin? Da ist ja gar nichts. Okay. Mal eben nachladen. Da geht es hoch, also gehen wir erstmal da hin. 21C. Wird gut bewacht. Ich muss mich beeilen. Da ist das Rohr. Es führt zu Tank 6. Aber ich sehe keinen Zugang. Ich muss da reinkommen. Hä? Okay, Munition haben wir jetzt hier eine Menge. Ähm, zwei von denen sind die beide makellos. Ne, der nicht. Packen wir den mal weg. Da kriegen wir nämlich bestimmt mehr Kohle. Ach so, das ist auch nur ein normaler. So egal. Munition, haben wir 24 Schuss. Ich bin am überlegen, Munition da zu lassen, um Geld zu äh, generieren. Aber ich glaube, ich lasse das Ding da. Und nehme dafür den Pumwandler mit. Dann haben wir nämlich drei Stück. Einer davon makellos. Die können wir gut verkaufen. Okay. Okay. Okay, warte. Geben wir erstmal da lang. Wenn das der richtige Weg ist. Hallö. Hammer. Ist doch. Oh ja, guck mal, da geht's noch weiter hoch. Gut, dann gehen wir doch mal erstmal in den Schacht da rein. Dann ist hier nämlich, äh, wahrscheinlich was versteckt. Oder doch nicht. Naja, alles können wir nicht looten. Vielleicht ist hier wieder so ein geheimer Raum. Oder auch nicht. Sollten wir mal ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Da hinten scheint was zu hängen. Ab und hier ist auch was. Woa, 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 woa. Who the hell are you? Ja, aber da liegt was. Noch ne Torsicherung. Ich habe es. Hörst du auf. Okay. Zweiter Sicherungskasten. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Höhle? Kommen wir her. Ja. Ah, hier. Da steht er und sagt nix. Ist der? Ist der jetzt die Tür aufgegangen da hinten? Ja. Ja. Äh. 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 muss dem roten rohr folgen mache ich doch das ist die andere sollte die wohl zuerst lang gehen wollte oder versteckt sich das mal gucken was wir hier finden danke ausgerechnet united ist eine firma wo ich mal gearbeitet habe makelloser umwandler so können wir den nämlich droppen und eben lieber den makellosen für mehr geld zumindest glaube ich das kann man da was holen ok da sind wir hier wieder dann gucken wir erst mal da ach so ne da sind wir ja raus ja 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 ok ich würde als die leiter runter was da sind vielleicht mal keine fücher drin weil es nur im wasser ist aber da lag ich wohl falsch das ist das große rohr dementsprechend gehe ich jetzt mal hier gucken was nicht irgendwo was was wir gebrauchen können alter da kommen immer mehr von diesen kokons ich glaube das nicht gut ich glaube das nicht gut oh ne menge credits sehr cool sehr cool weiter hier nochmal eben checken das rote rohr da versteckt sich nichts schade kein lüt oh da können wir bauen da drin sehr geil ich musste hoffentlich keinen code eingeben die tür ist noch zu kann ich nichts machen schade wie geht die auf schade 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 ist das die jawohl richtig okay erst mal gucken wir noch mehr geld ist jetzt noch nicht erst mal hier gucken was geht 642 dann können müssen das verchecken also die marke lösen 200 bieten und die normalen nur 100 es schreit nach schrotflinte so nein auf jeden fall kann man nicht überlegen aber eine kleine schrotflinte reicht nicht um magazin zu verbessern schwarm geschossen modifiziert diese waffe so dass sie zielsuchende patronen abfeuert die gegner in der hier im schwarm angreifen mega okay dann müssen wir darauf hinarbeiten also ich weiß nicht ob ich das hier wirklich brauche nichts besonderes tatsächlich gut für 342 jetzt nicht wirklich was dass da gut mit dem blocken hat jetzt immer noch nicht funktioniert das sparen wir uns erst mal schrohflinten munition ja ganz cool wie viel schuss waren das jetzt so jetzt aber schon unser inventar voll oder schnelles waffen wechselmenü drücke 2 um das schnellwahl menü für waffen aufzurufen verwende das mausrad um eine verfügbare waffe auszuwählen drücke die maustaste um die ausgewählte waffe auszurüsten ok also zwei schrotflintos ist die mit zwei schuss wie zu erwarten wir haben aber sechs patronen was zum fake weg von euch weg von euch und sie ver aber jede menge credits beautiful energy credits credits alle alle genommen was haben wir jetzt 227 können wir nicht wirklich viel mit anfangen können höchstens noch ein bisschen munition für die schrotflinte basteln ujc-druck wünscht ihnen einen united tag so beim problemen bitte an den bastion ist gerade wochen den stand aus druckfertigung entnehmen aktivierung der druckfertigung abgeschlossen die lage checken das hat immer noch nur einen slot verbraucht ja komm das soll erstmal reichen so geht nicht mehr aber wir können jetzt hier raus hier geht es immer nicht weiter hier ist offen jetzt sehr schön dann was das da die 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 das die 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 Oh, das Geld kommt. sehr viel wenn wir uns schon wieder ausprobieren so wie das hier aussieht ja genauso hast du auf ich hab gar nicht jemand, gar nicht Schickiläu ich hab nur eine, 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 eine Pärsiedlung ja, Kopf ab nee, Kopf noch da ja, gute Nacht, Schickiläu fangen wir uns rein schauen ja, komm nachladen, Digga nee, musst doch nicht alles gut alles gut keine Pflicht, kein Schreiß geil, der hat Strohflittenmunition einstecken gehabt beautiful so, gucken wir mal, ob wir hier noch die Credits einsammeln können, die so gefunkelt haben ah, da hinten, ja hmm ne, da gehen wir noch nicht hoch da waren nämlich noch mehr Zeugs da hier ach, so viel Strohflittenmunition mega Kiste bestimmt mit Skyjump oh, sowas kann man in die Luft jagen cool muss ich wahrscheinlich auch gleich wenn sie da schon steht Sau in jag nicht sweeping auf bis hier das to andere es